Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in die neue Handelswoche oder neue Arbeitswoche reingestattet, je nachdem wie man es beschreiben will. Momentan traden wir bei ungefähr 20.200 US-Dollar, wenig Bewegung, momentan an den Kryptomärkten, auch an den Aktienmärkten wenig Bewegung. Zum Montag hin weiterhin wenig Handelsvolumen, warum, wieso, weshalb, besprechen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure krasse Resonanz hier auf diesem Altcoin-Video, was ich gestern gedroppt habe. Diese Altcoins kaufe ich jetzt, beziehungsweise habe ich schon gekauft, plus ich glaube 5 oder 6 Low-Caps, die schon im Portfolio drin sind. Manche sind sogar, oder eine hat davon schon 200% gemacht, jetzt innerhalb kurzer Zeit. Also schaut euch das Video gerne an, wenn ihr einfach wissen wollt, welche Altcoins ich bis jetzt gekauft habe, welche ich noch vorhabe zu kaufen, bei welchen Leveln und so. Also die Resonanz ist wirklich gut, ich werde jetzt wahrscheinlich auch dann einmal im Monat so ein Video droppen. Einfach, wie einfach so Standard-Dinge ist, habe ich neue Altcoins in mein Portfolio reingehauen, habe ich vielleicht welche rausgehauen, habe ich vielleicht neue Low-Caps dazu. Zum Thema Low-Caps wird wahrscheinlich dann auch jetzt in nächster Zeit viel, viel mehr kommen. Also wenn euch das interessiert, gerne Like da lassen, Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Damit unterstützt ihr mich am meisten. So, und jetzt zum hauptsächlichen Video. Momentan, wie gesagt, 20.200 US-Dollar. Wir hatten am Wochenende einen kurzen Wig auf die knapp 22.000 US-Dollar. Was ich aber euch ja gesagt habe, wichtig ist ein 4-Stunden-Close über der 21.700, 21.800-Marke. Haben wir nicht geschafft, wir sind deutlich da drunter, also 21.700 US-Dollar, da haben wir geschlossen. Hat leider nicht gereicht. Zwar ist diese Supply-Zone jetzt mittlerweile invalide, ich lasse sie aber trotzdem drin, einfach damit wir mal so eine Hausnummer haben, welcher Close überhaupt wichtig ist. Weiterhin 21.800, 21.900 wäre schon gut, ein 4-Stunden-Close da drüber mit vor allem ansteigendem Volumen. Weil das ist das, was uns momentan hier unten absolut fehlt. Wir haben weiterhin abfallendes Volumen, wir kriegen keine Impulse nach oben. Der RSI dafür weiterhin über 50 im 4-Stunden-Chart, also schon relativ hoch. Wir schauen mal ganz kurz, wie es im 1-Stunden-Chart aussieht. Hier auch im, sag ich mal, 40er, 50er Bereich, also auch relativ hoch. Wir konsolidieren hier in den 1-Stunden-E-Mail-Ribbon und auch in den 4-Stunden-E-Mail-Ribbon. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall Support. Sie sind jetzt auch kurz davor, sich zu crushen, heißt, dass die E-Mail-Ribbons von Rot auf Grün flippen. Eigentlich ein gutes Zeichen, trotzdem traue ich dem Ganzen nicht so und bin weiterhin eher auf der Short-Seite. Zumindest übergeordnet sind wir weiterhin down gerichtet. Kurzfristig habe ich ja eigentlich gehofft, okay, wir gehen hier mal in Richtung 23.000, 24.000 US-Dollar, bevor wir dann hier wirklich eine endgültig vielleicht letzte Welle dann in den Bereich der 17.000, 18.000 US-Dollar kriegen. Momentan bin ich deswegen aber ein bisschen skeptisch, weil für mich alles eher wieder nach jetzt schon Downside aussieht. Heißt, dass wir eher so einen Move hier nochmal runter machen in Richtung 18.000 US-Dollar vielleicht, um dann doppelt einen Boden zu bilden, um dann in Richtung 24.000, 25.000 US-Dollar zu gehen. Warum? Wir schauen uns jetzt gleich nochmal das FIP-Level dazu an. Legen wir jetzt einfach von unserem Low zu unserem High. Und da ist auch so die Confluence im Bereich der 19.000 US-Dollar im Golden Pocket. Das 0786 liegt im Bereich der 18.500 US-Dollar. Also es wäre schon, dieser Bereich könnte auf jeden Fall demnächst angelaufen werden. Wir hätten dann einen schönen doppelten Boden, der uns wirklich dann in Richtung 24.000, 25.000 US-Dollar bringen könnte. Also wie gesagt, ich bin momentan echt eher auf der Short-Seite anstatt auf der Long-Seite. Viel, viel spricht auch dafür, auch die ganzen Altcoins. Wir gucken uns jetzt gleich nochmal ein paar Altcoins dazu an, die ja extrem, extrem gepumpt sind. Wir haben eine Bitcoin-Dominance 2 jetzt wieder bei 43,4%. Trotzdem, die Altcoins haben vor allem über das Wochenende oder Richtung Anfang Wochenende extrem, extrem gepumpt. So, dann Daily Chart. Da haben wir dann wirklich mal alle Timefilms ein bisschen abgegrast. Daily Chart auch momentan wirklich nicht viel. Die Daily E-Mail Ribbon ist auch im Niemandsland, sag ich mal, bei 23.000 US-Dollar. Spricht aber auch für die Theorie, entweder, dass wir jetzt wirklich noch so ein Fake-Move in Richtung 23k kriegen und dann die Welle nach unten. Oder einfach sofort die Welle nach unten. Wie gesagt, mein persönliches Ding ist eher, dass wir sofort nach unten hingehen. Einfach, weil wir doch ein bisschen Druck von oben hinkriegen. Sieht man auch an den Wicks, dass wir deutlich abverkauft werden. So, und übrigens auch auf dem Daily Chart. Abfallendes Volumen, steigende RSI. Nicht wirklich geil. So, dann Ethereum, schauen wir uns gleich dazu noch an. Auch hier im Endeffekt gleiches Spiel. Wir haben es nicht mal hier in unsere grüne Box reingeschafft. Das Szenario war eigentlich vorhergesehen, dass wir einfach hier wenigstens mal hoch in die 1.320 US-Dollar kommen. Nicht mal dahin haben wir es geschafft. Die Divergenzen haben auch noch nicht wirklich ausgespielt. Also wir haben auch immer noch eine 4 Stunden Bearish Divergence, die nicht wirklich ausspielt, aufgrund der 4 Stunden E-Mail Ribbons, die hier als Support gelten. Aber auch hier spricht deutlich mehr für eine Korrektur. Ich sage jetzt mal einfach Korrektur, jetzt nicht wieder ein Dump oder sonst irgendwas. Aber für eine Korrektur zumindest in diesem Tausender-Bereich bis maximal 960 US-Dollar, auch aufgrund des 0.786ers. Also ich werde mich wahrscheinlich da unten erst dann wieder richtig long positionieren. Der RSI ist mit so hoch, wir haben kein Kaufvolumen hier unten. Deswegen auch hier wirklich eher, dass wir hier nochmal runterkommen in diesem Bereich zwischen 1020 und 960 US-Dollar und dann wirklich einen neuen Up-Move starten. Auch hier hätten wir dann einen schönen doppelten Boden, der uns dann wirklich höher bringen würde und auch hier in die Region des 200er SMA und 200er EMA, um dann möglicherweise wieder short zu gehen. So, soviel dazu. Schauen wir uns jetzt nochmal die paar Altcoins an. Also wie gesagt, wir sind ja gestern schon extrem viel auf die Altcoins eingegangen. XRP, auch hier, wir haben hier noch ein krasses Void, was auf jeden Fall noch gefüllt werden möchte in diesem Bereich. Also zumindest mal bis hier 33 US-Dollar Cent. Und auch hier 200er SMA, 200er EMA, verdammt harte Widerstände, kein Kaufvolumen, deutlich erhöhter RSI. Könnte man jetzt auch meinen, okay, das ist eine Bull-Flag, aber ganz ehrlich, wäre ich echt vorsichtig, jetzt hier irgendeine Bull-Flag zu traden, nachdem wir hier extrem, extrem gepumpt sind. Für mich eher Downside nach unten hinbrechen in Richtung der 0,33 Dollar. Dann, ICP, wurde sich auch des Öfteren gewünscht, habe ich noch nicht in meinem Portfolio, deswegen habe ich es gestern nicht reingepackt, deswegen machen wir es heute. Auch hier, Abtrend erst einmal gebrochen, sogar bestätigter Abtrend wurde gebrochen. Kein Volumen, gar nichts, 4 Stunden EMA-Ribbons geben, Support auch hier. Es sieht für mich einfach deutlich shortgerichtet aus momentan. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Coins an, die ordentlich gepumpt sind. Zum Beispiel hier haben wir Sand, ordentlich, ordentlich gepumpt am Wochenende. Erste Supportzone, wurde noch nicht mal angetestet, das ist der 200er SMA, beziehungsweise hier die 1,16 bis 1,11 Dollar, nicht 1,16, das wäre Hammer, US-Dollar, um das Void zu schließen, um die 4 Stunden Demand zu füllen. Und es passt auch gut mit den 4 Stunden EMA-Ribbons. Aber wir haben auch hier zumindest noch einen intakten Trend, je nachdem wie man es zeichnet. Wenn wir jetzt den Wickdown mal rausnehmen, würde der Trend auch perfekt. Hier passen wir in unserer 4 Stunden Demand-Sunde. Also auch hier kurzfristig, short und dann gucken, hält der Trend, hält der 200er SMA und dann vielleicht eine neue Long-Position, vielleicht noch in die Region hier oben die 1,40 Dollar nochmal anzugreifen, bevor wir dann wirklich, glaube ich, eine größere Korrektur sehen könnten. Auch hier, Bearish Divergence, deutlich noch abwärts gerichtet. Wir haben auf jeden Fall noch Potenzial nach unten und zwar deutlich Potenzial nach unten. Aber gut, müssen wir mal schauen. Dann Matic, wo haben wir in Matic? Matic wurde sich nämlich auch oft gewünscht, habe ich auch noch nicht im Portfolio. Auch das gleiche Spiel. Wir haben hier ein Void, das mache ich jetzt mal raus. Hier ein Void plus eine 4 Stunden Demand, hier ein Void. Also wir haben hier eine Menge, Menge Voids, die noch gefüllt werden möchten. Volumen deutlich abfalten. RSI haben wir, Bearish Divergence, die auch noch nicht ausgespielt hat. Also für mich, klipp und klar, momentan die Altcoins wirklich down gerichtet. Ey, wenn das nicht eintrifft, dann weiß ich auch nicht, ey. Aber es sieht deutlich, deutlich down gerichtet aus, bevor wir dann hier wirklich die nächste Welle nach oben hinkriegen, bevor wir dann wirklich vielleicht mal eine Zeit lang wieder bullischer werden können. So, soviel dazu. Ich kann euch noch den Coin zeigen, der so extrem gepumpt ist, was ich am Anfang des Videos gesagt habe. Das war LSS, wo ist er denn jetzt? Lossless. Ah, wieso habe ich den da nicht drin? Ich glaube, den wollte ich reinmachen, habe es aber vergessen. Ähm, LSS, so. Ordentlich gepumpt. Also richtig krass, wir haben es letzte Woche im Livestream besprochen, am Donnerstag. Danach habe ich den Coin gekauft und danach ist das Ding ordentlich, aber wirklich ordentlich nach oben geschossen. Können wir uns mal angucken. Seitdem Livestream am Donnerstag. Kurzzeitig mal 136 Prozent, wo das Ding nach oben gepumpt ist. Also richtig, richtig krank. Ähm, Glückwunsch, wer das vielleicht noch mitgenommen hat. Ansonsten ist auf jeden Fall ein Long-Term-Invest. Wie gesagt, es hat eine Market-Cap von mittlerweile, ich glaube, 10 Millionen. Ist nicht wirklich viel, deswegen zählt es auf jeden Fall noch als Low-Cap. Trotzdem mitbedacht jetzt in sowas reininvestieren. Vor allem nach solchen Pumps ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir wieder bis hin nach unten gehen. So, so viel dazu. Kurze News. Kauf Goldman Sachs Celsius Network für 2 Milliarden US-Dollar. Gerüchte gibt es ja schon länger, was ich auch so mitbekommen habe. Haben schon viele drüber berichtet. Schaut euch gerne den Artikel an. Ich werde ihn euch später auf jeden Fall noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten, wie gesagt, schaut gerne das Altcoin-Video. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn es euch interessiert, welche Altcoins ich auf dem Schirm habe, welche Low-Caps ich auf dem Schirm habe. Und ansonsten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Schreibt gerne einen Kommentar nach unten rein, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, die wir uns gerne angucken wollen im Laufe der Woche. Ansonsten, wir hören uns morgen wieder. Morgen früh gibt es aber dafür ein Update. Morgen früh, 7, 8 Uhr, je nachdem, wie ich Bock habe, beziehungsweise wie immer halt. Wir hören uns morgen wieder und bis dahin, stay crypto, ciao, ciao.